Ich grüße euch, liebe Geschwister, Freunde und auch Kinder. Wir haben wieder die Möglichkeit, hier zusammen zu sein in diesem Gottesdienst. Und die Prediger verstehen, dass sie eine begrenzte Zeit haben. Und der Prediger bemüht sich, seine Gedanken in einer konzentrierten Form zu halten, um die Konzentration auch hochzuhalten. Und der Prediger bemüht sich, seine Gedanken in einer konzentrierten Form zu halten, um die Konzentration auch hochzuhalten. Und möge der Herr helfen, dass ich den Gedanken rüberbringe. Ich möchte mit euch zusammen an einige Momente von Apostel Paulus denken. Und wie ich in seinem Leben merke, gibt es Sachen, die auch in unserem Leben sich widerspiegeln. Ich möchte mit euch zusammen öffnen, Apostelgeschichte, Kapitel 26. Und hier ist Apostel Paulus. schon ein Diener Jesu Christi und er steht vor dem König Agrippa und er ist äußerlich ein gefangener und gefesselter Mensch. Äußerlich ist er eingeschränkt von den Umständen. Aber innerlich ist er frei, preis er dem Herrn. Ist das nicht auch manchmal bei uns so, wenn die Umstände um uns herum uns bedrücken und uns begrenzen? Aber in Jesus Christus sind wir freie Menschen, preis er ihm dafür. Und diese Freiheit spürst du im Inneren, in deinem Herzen, preis er ihm dafür. Und ich möchte bemerken, auch in diesen schwierigen Umständen, so wie uns schon Bruder Alexander Heißler erinnert, er hat an den König David erinnert, als dieser schwierige Umstände und Situationen im Leben hatte. Da sind in diesen Situationen Lieder oder Psalme geboren. Das wurde geschrieben durch den Heiligen Geist. Dass in diesen engen Umständen, dass er eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hatte. Und ich habe eine Frage an euch, Christen. Ist es denn nicht so, dass wenn uns manchmal die äußerlichen Situationen oder Umstände beendet, dass Gott dann anfängt zu dir im Inneren zu sprechen, preis er ihm. Er erbaut dich ganz besonders durch sein Wort. Und du wirst getröstet durch den Heiligen Geist, preis er ihm. Ich denke, ihr versteht, worüber ich spreche. Weil man gar nicht in der Lage ist, diese Sachen in Worten zu beschreiben. Weil die Gemeinschaft mit Gott viel tiefer ist, als nur auf emotionaler Ebene. Dann, wenn Gott dich und mich in Schwierigkeiten von innen heraus stützt. Und ich möchte bemerken, unter uns Menschen und auch in den Familien, wenn wir gemeinsam durch Schwierigkeiten gehen, ist es dann nicht so, dass diese Schwierigkeiten unsere Beziehungen enger bringen, genauso ist es auch mit Gott, wenn wir versuchen, ihm treu zu dienen. Und dann werden in den Schwierigkeiten unsere Beziehungen mit Gott noch tiefer. Und nach diesen schwierigen Situationen kommt eine Erleichterung. Und manchmal kommt dann so ein äußerlicher Segen, so wie es bei Petrus war, dass so viel Fisch da war, dass das Schiff angefangen hat, unterzugehen. Und dann wendet man sich an die Brüder und sagt, Brüder, hilf mir, Gott segnet mich. Gut, ich möchte mich an das Wort Gottes wenden. Das 26. Kapitel aus Apostelgeschichte. Und ich werde lesen von Vers 15. Hier bezeugt Apostel Paulus. Ich habe gesagt, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Es ist interessant, wenn wir auf das Ende von Kapitel 25 schauen, da ist die regierende Person Festus, er stellt Apostel Paulus dem König offiziell vor und wie ich so sehe im letzten Vers, drückt er so einen Gedanken aus. Oder wir können sehen, wie er sagt, mir кажется, es ist nirassungsvoll, zu senden und nicht zu zeigen, zu zeigen, was er sagt. Schaut mal, denn es scheint mir unvernünftig, einen Gefangenen abzusenden, ohne die gegen ihn erhobenen Klagen anzugeben. Es ist interessant, konkret zu sagen, eigentlich gibt es keine Beschuldigung gegen ihn. Aber wir müssen seine Sache irgendwie betrachten und ihn verurteilen, weil er schon gefangen ist. Und so ist es auch bei Christen, die aufrichtig dem Herrn dienen. Es ist nicht auch manchmal so, dass Beschuldigungen aufkommen, Beschuldigungen von Situationen oder auch von Menschen. Und manchmal ist es so, dass aufrichtige Christen in sich hineingehen und sie suchen auch irgendwelche Beschuldigungen. Und der Mensch fängt an, darauf zu achten und es kommen Zweifel auf. Und manchmal rufen mich Brüder an, so war das auch vor kurzem, und sie sagen, ich habe Zweifel. Und es ist aber nichts Konkretes. Wisst ihr, wenn wir uns zusammen sammeln, dann sage ich zu ihnen, lass uns zusammen das Wort Gottes öffnen. Und lasst uns so handeln, wie hier Apostel Paulus gehandelt hat. Er fängt hier an zu erzählen, wen er getroffen hat. Hier erinnert er sich an seine Begegnung mit Jesus Christus. Und wisst ihr, später wird er den Brief an Timotheus schreiben. Und wisst ihr, das, was wir heute zusammen gesungen haben, das waren Worte aus dem Wort Gottes. Ich weiß, an wen ich zum Glauben gekommen bin. Und er ist mächtig, meine Krone zu bewahren auf diesem Tag. Und deswegen, wenn zu uns Zweifel kommen und unbegründete Beschuldigungen, dann ist es wichtig, darauf unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Mein Freund, bekenne in deinem Herzen in deine Begegnung mit Jesus Christus. Wir haben mit den Brüdern dann Bibelstellen aufgeschlagen, die unsere Bedeutung oder unseren Wert in Jesus Christus zeigen. Und darauf haben wir gemeinsam Amen gesagt. Und dadurch wurde unser Glaube geschmert. Und hier erinnert sich Apostel Paulus und sagt, ja, es gab diesen Moment, ich war unterwegs nach Damaskus. Aber unterwegs bin ich Jesus Christus begegnet. Und als er hier über Damaskus spricht, oder wenn wir heute zusammen über Damaskus sprechen, ich möchte sinnbildlich reden, aber ich spreche sinnbildlich, wir verstehen alle, oder die meisten von uns, dass all unsere Werke, all unsere Taten, wenn sie sich in dem Rahmen des Gesetzes Gottes befinden, dann sind wir unter einem Schutz. Wenn aber unsere Gedanken und unsere Werke und unsere Taten sich nicht im Rahmen des Evangeliums befinden und im Rahmen des Wortes Gottes, dann ist da keine Garantie für deinen Schutz. Ich spreche darüber, was das Wichtigste für uns ist. Das ist unsere Seele, unser Spasen, unsere ewige Errettung, und unser geistlicher Zustand vor Gott, wenn wir außerhalb des Rahmens des Gesetzes Gottes sind. Und es kann so vorkommen, dass der Mensch sich an diesen Zustand gewöhnt. Und mit diesen Taten können wir unsere geistliche Natur, unser geistliches oder christliches Wesen unterdrücken. Und dadurch bewegen wir uns, und ich spreche sinnbildlich in die Stadt Damaskus. Und wenn sich jemand in diesem Zustand befindet, genau dann brauchen wir Christus. Genau da brauchte ich eine Begegnung mit Jesus Christus. Und da wird eine Begegnung mit Jesus Christus sein. Und wenn wir unser Herz öffnen und Busser tun vor ihm, dann werden wir auch dieses Zeugnis haben. Dann bekommen wir diese Überzeugung. Und dann bekommen wir dieses Bekenntnis wie Apostel Paulus. Preis sei Gott dafür. Und noch ein Moment. Ich möchte lesen aus dieser Situation, als Apostel Paulus sich schon in Damaskus befindet. Und da gab es einen gerechten Mann, das war Ananias. Und er macht sich seine Gedanken und hat einen Dialog mit Jesus Christus. Und ich werde lesen von Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 13. Ananias antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber Gott sagt ihm, geh, denn er ist mein выбранter Geist, um mein Name zu tun, vor den народen und den Zerern und den Zerern. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor den Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen. Die Geschichte ist den meisten von uns bekannt. Hier schon in der Stadt Damaskus betet Apostel Paulus. Und der gerechte Ananias erinnert sich an einige Fehler aus dem Leben von Apostel Paulus. Und wenn ich über die Stadt Damaskus spreche, dann möchte ich über uns zusammensprechen. Und ich sehe das so, dass jeder von uns diesen gerechten Ananias in uns hat. Und ich denke, die Prediger werden mich jetzt ganz besonders gut verstehen, wenn man hier nach vorne treten muss, auf den besonders geheiligten Platz und man muss sich mit der Predigt mit dem Wort Gottes dem Volk zu reden, an die Menschen, die Gott persönlich kennen. Und an die Menschen, die Gott persönlich kennen. Und wenn der Mensch ehrlich zu sich selber ist, dann erinnert dieser gerechte Ananias diesen Prediger und sagt, wie willst du jetzt da hingehen? Ich spreche jetzt über mich. Aber wie wichtig und gesegnet, ist es, dass es in dieser Stadt eine Offenbarung Jesu Christi gibt. Wie wichtig und gesegnet, ist es, dass wir, du und ich, diese Offenbarung Jesu Christi uns tragen. Ich spreche über die Offenbarung der Berufung des Dienstes. Und in diesem Moment müssen wir darauf achten, wofür hat Gott uns berufen. In der ersten Teil haben wir über die Errettung gesprochen. An wen sind wir gläubig geworden? Wer hat unsere Errettung in seine Hand genommen? Und in der zweiten Teil, wir sprechen darüber, wer uns zum Dienst berufen hat. Wer hat uns eine Offenbarung in unser Leben gegeben? Und in unserer Selbstkritik, ist es wichtig, das zu sehen und darauf Amen sagen zu können. Und sich auf diese Offenbarung vorwärts zu bewegen. Burt, нам Бог поможет und blагословit. Möge Gott uns helfen und uns segnen. Wenn hier aber jemand an diesem Ort ist, der diese zwei Dinge nicht hat, dann, wie wir auch in der ersten Predigt gehört haben, heute ist die angenehme Zeit und heute ist der Tag zu errettung. Deswegen bietet Gott auch heute diese Möglichkeit an, die Beziehung mit ihm wiederherzustellen durch die Busse. Amin, слава Богu! Damit wir eine innere Offenbarung über Jesus Christus haben. Dass wir nicht unsere eigenen Anwälte sind. Sondern dass unser Fürsprecher Jesus Christus dort im Himmel ist. Möge Gott uns alle segnen. Amin. Amen. Amen.